Ich kann nur jedem raten, das was unsere Eltern uns ja mitgegeben haben, so wie sie sich immer um uns gekümmert haben, dass jetzt wir in der Situation sind und jetzt müssen wir was tun. Damals ist meine Mutter plötzlich ins Krankenhaus gekommen und sie musste zwischenzeitlich zuhause betreut werden und das war natürlich in der Situation, wo wir alle berufstätig waren, für uns eine sehr schwierige Situation. Der größte Wunsch der meisten Eltern ist es ja, zuhause zu bleiben, in ihrem Umfeld zu bleiben. Dann ist es wunderbar, wenn wir das mit Hilfe der CARIFÄ lösen können. Mit unserem Angebot CARIFÄ unterstützen wir die ganzen Familien. Die älteren Leute können zuhause bleiben und die Angehörigen haben Sicherheit, dass ihre Eltern, Großeltern nicht alleine bleiben. Das ist meine erste und ich hoffe die letzte Agentur. Ich bin sehr zufrieden, denn ich suche keine anderen. Bei der Beschäftigung der Betreuungskräfte ist mir besonders wichtig, dass meine Mutter sie akzeptiert, dass sie ein Draht zu ihr praktisch auch aufbaut, dass sie sie persönlich gut leiden kann. Jeden Menschen ist natürlich anders. Die einen möchten Ruhe haben, die anderen zum Beispiel ein bisschen lustig, dann wird viel quatschen. Das ist verschieden, ja. CARIFÄ schätze ich besonders, dass beide Seiten wirklich fair behandelt werden, wie der Name schon sagt, letztendlich. Die Frauen sind versichert. Die Frauen können sicher sein, dass wenn sie nach Deutschland kommen, dann können sie auch zum Arzt gehen. Ich empfehle immer den Familienbesuch bei der Tagespflege. Es ist sehr hilfreich, um die Pausen und den freien Tag für die Betreuungskräfte zu sichern. Sehr wichtig ist der Urlaub. Jeden Monat, das sind drei bezahlte Tage. Frau Schmid haben wir immer eingeschaltet, wenn plötzliche Situationsveränderungen da waren. Dann hat sie uns immer sehr, sehr schnell Ersatz stellen können und das war für uns natürlich auch wichtig. Wir konnten uns immer darauf verlassen, dass immer jemand da war, letztendlich. Die Koordinatorin ist für uns immer da. Ja, alles was möglich zu machen, sie gemacht für mich. Über die Caritas hat man viel Gutes gehört, sodass wir tatsächlich im Nachhinein überhaupt keine andere Organisation mehr in Erwägung gezogen haben. Es klappt, es ist gut, es funktioniert, alle fühlen sich wohl. Ich mag meine Arbeit. Man hilft älteren Leuten zu Hause zu bleiben und Betreuungskräften einen legalen und sicheren Arbeitsplatz in Deutschland zu finden.